Heute eröffnete eine neue Shopping Mall in Berlin und zwar die Mall of Berlin am Leipziger Platz. Der Ansturm war sehr groß und die Berlinerinnen und Berliner waren sehr neugierig, stürmten das Shopping Center und guckten hier, guckten da und das Shopping Center konnte sich heute über mangelnde Besucher nicht beklagen.